Aber dadurch, dass derjenige in meinem Team, der zu viel ist, 0 Punkte geholt hat, ist es ja eigentlich schon nicht mehr unfair. Immerhin! Ich habe schon ganze 0 von 34 Punkten für unser Team geholt. Wow. Ja, das läuft richtig gut schon. Oh Mann, ey. Wählen. Was machen wir denn jetzt? Ah, ich weiß, wir nehmen dir's. Ich will... Oh, so viel Regenbogenbülle, wir sind doch Arsch. Ich such gerade eine bestimmte Bahn. Ich finde sie nur nicht. Doch, jetzt da. Das hatte doch irgendeiner gefragt. Hä? Schlossgarten. Achso. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Nein, hier ist Husten verboten. Jedenfalls für dich. Was? Hör mir doch mal zu, wenn ich bitte rede. Ich darf nicht mehr husten, oder was? Ja. Das habe ich jetzt verboten. Ich habe immer noch Restschleim. Ich bin zwar nicht mehr erkältet, aber das ist immer noch... Das wollte ich jetzt auch unbedingt wissen. Das wolltet ihr unbedingt wissen, nicht wahr? Willst du noch mehr Schleimgeschichten erzählen? Ich bin halt ein ganz schöner Schleimer, was soll ich machen? Ich bin halt ein ganz schöner Schleimgeschichten erzählen. Und ich bin halt ein ganz schöner Schleimgeschichten. Ich bin halt ein ganz schöner Schleimgeschichten. Oh. Beziehungen. Ja. Und. Was bekomme ich? Ich bekomme einen Pilz. Mit dem fahre ich jetzt mal nach vorne. Um fast von der Brücke zu fallen. Die Brücke. Keddie will seinen Mitstreiter aus seinem eigenen Team mit dem Grün abballern. Finde ich sehr gut. Oh, leck mich, Wolke! Den Blitz fand ich sogar noch besser. Ich will das Item... Ich dachte schon, was machen die denn da oben? Aber das war ja die Kanone. Mich hat schon voll gewundert. Fine! Rüdiger, erzähl uns mal was Lustiges. Okay, also da war mal... So ein Typ, der hieß Pornhawk LP und er hat sich auf YouPorn angemeldet, um dort Let's Plays hochzuladen. Let's Plays wohl eher. Ja. Es gibt ja auch so lustige Pornospiele, die könnte man da ja theoretisch hochladen. Du meinst... Sowas gab es sogar schon auf dem C64. Das fand ich cool damals. Da gab es so ein Spiel, das hieß Sex Games. Das ist kein Witz! Ja, das ist wirklich so! Das hatte ich damals sogar! Ja, das ist wirklich so! Da konnten zwei Pixelfiguren Sex haben, das war wirklich so! Biologie und Theorie auf dem C64 für die Kleinsten. Let's machen lieber! Oh nein! Es gab generell ganz komische Spiele auf dem C64, die besser nie das Licht des Tages... ...Tages... ...Gedöns... Das Licht des Tages! Das Licht des Tages! Sehr gut, Rüdiger! Oh Mann! Oh Mann! Jetzt bin ich in diese scheiße Schlucht runter! Ja! Vor dem Ziel noch ein Kuser mit dem Roten abgeballert! Ich bin ja ein richtiger Schluchtenscheißer heute! Stimmen wir mal erst dafür, dass wir auf diese Spiel-LPs wie ich! Was bringt mir jetzt noch ein Stern? Ach, leck mich doch auf! Haha! Oh, armer Ecusa! Oh! Hat er noch den Roten kassiert! Die wollen alle, dass du dieses Sex-Spiel-Let's-Plays! Hahaha! Find ich gut! Hey, Leute! Ich hab schon einen Punkt für unser Team geholt! Applaudiert ihm! Er findet sich selbst cool! Ich hab aber auch so ein Pech jetzt in diesen beiden Runden gehabt! Katsch-Klatsch! Hä? Ich weiß, was er versteht da! Klappt! Und er hat Katsch-Klatsch geschrieben! Ist auch immer! Das find ich gut! Ach, Piet Schlossger, ich hab schon wieder vergessen! Wieso so viel Regenbogenwolle war! Weil sie dich hassen! Leute, ich bin eben schon Zehnter und Elfter geworden! Na gut, schlimmer kann's dann ja nicht mehr werden! Ah! Nett! LP mal deine bereits genannten Eier! Deine Aussprache meines Namens ist übrigens die merkwürdigste, die ich kenne! Keine Ahnung! Wieso Esusare? Keine Ahnung! Esusare! Weiß ich nicht! Esusare! 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 Was willst du? Oh Mann! Oh Mann! So! Ja! Klar, das war wieder die Nanosekunde, wo ich keinen Blitzstart bekommen durfte! Ich hab ja in diesen, seit Beginn dieses Community-Projekts hab ich noch nicht einmal einen Blitzstart hinbekommen! In der Mitte, wo die 2 steht, musst du drücken! Ja, ich weiß! Ich probier's auch! Ich krieg's nicht hin! Nicht einmal bisher! Nicht probieren, sondern machen! Okay! Wenn du das sagst! Mhm! Oh, dieser Schlossgarten ist so verwirrend! Ja, ich hab ihn gewählt, weil irgendeine Zees das haben wollte! Zees! Stimmt! Die Zees von der... Die Zees von der Soße! Die Zees von der Soße! Die Zees von der Soße! Genau! Das ist die Soße! Saas! Ikusas! Oh Mann! So! Voll! Oh Leute! Ihr müsst so stolz auf mich sein, was ich hier abliefer! Ich geh voll ins Blumenbeet! Ab ins Beet! Ja, das war so eine komische Vox-Sendung. Ja, eine Vox-Sendung war das genau. Ich guck mir so einen Schrott nicht an. Ich auch nicht. Ich guck, ich hab schon so lange kein Fernsehen mehr geguckt. Fernsehen guck ich eigentlich nur noch per Fernsehkritik-TV. Okay. Richtig coole Sendung und das war jetzt dumm. Okay, ich will das Item da haben, was auch immer es ist. Es ist ein Superpelz, ein Königspelz. Ja, find ich... Boah, Monty-Mollwurf. Find ich gut. Autsch. Am wenigstens hab ich hier nichts von meiner Geschwindigkeit verloren. Oh, hinter mir ist ein Sprengdämpf? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Das war nämlich ich. Ja, ich war das. Bin ich dir nochmal sehr schön ausgewichen. Oh, ihr seid doch echt... Oh, und schon bin ich wieder Achter. Das ist unfassbar. Ich finde es gut, wie ihr ihn mobbt. Ich finde es echt gut. Autsch. Mir fällt gerade auf, das ist die letzte Ronde. Auf dieser Bahn. Ich hab so ein unglaubliches Pech. Natürlich fahr ich mal wieder ins Blumenbeet. Ich auch. Ich nehm auch hier jedes zweite mit, irgendwie. Und ich hab kein Item erhalten. Was für ne Scheiße. Nein. Und an der Mauer hängengeblieben. Wie vielte bin ich jetzt geworden? Das hab ich gar nicht gesehen. Ich hab's irgendwie noch auf den fünften geschafft. Sarraza. LP. Was? Wieso Sarraza? Hat sie alle geschrieben. Na dann. Stolz. Rüdi. Rüdi. Epik. Stolz. Ach Gott. Oh, Mann. Ich hab schon sieben Punkte für das Ding. Ich hab siebzehn. Yay. Rüdi. Rüdiger, wann kommt Time of Ocarina, Zelda of the Legends, eh? Ähm. Dräuf tausend und, äh. Sars. Nicht Seas? Nicht Seas, nee. Die Seas hatten wir ja gerade. Die Strecke von der Seas. Oh, Mann. Ich frag mich, wie ich's die Seas findet, dass wir sie so nennen. Wann kommt dein erster Porno? Ja, wir wollten ja ein schwulen Porno drehen. Stimmt ja. Das wollten wir eigentlich nach dieser Aufnahme noch machen, ne? Ja. Schwulen Porno drehen? Also die Zeit, die Zeit ist, äh, ziemlich knapp, wenn du zu mir wolltest. Ach so, ja. Ey, 12.000 gibt's ja gar nicht. Oh, Ecusar ist raus anscheinend. Wie fairer. Heißt das, ich hab über Ecusar gesiegt, weil er hier raus ist? Und ich immer noch drin bin? Na toll. Wir hätten ihn gebrauchen können. Alter, das hört sich jetzt echt pervers an. Na dann, Ecusar, dann mach's gut. Ist was schön. Das erste Mal getroffen worden? Mhm. Da hat mich jetzt so ein Retro-Fan erschreckt und ich wollte ihn abballern. Jetzt bin ich in ein Auto geknallt und platt. Auch? Schon zum zweiten Mal? Ich bin zum ersten Mal. Äh, ich werd pro Runde fünf, sechs Mal in so ein Auto fahren. Das kann ich jetzt schon versprechen. Toll, du hast in demselben Moment einen Stern aktiviert wie ich. Yeah, Stern-Battle! Ach, du fährst mit deinem Mii? Ich glaube, mit meinem Mii, ja. Finde ich sehr schlecht von dir, dass du das machst. Mag ich irgendwie nicht. Das finde ich mies! Miiiis! Ja, wow! Ja! So, das ist... Witz, komm raus, du bist so nicht Single. So ungefähr, ja. Wow! Das war mies! Das war der blödeste Witz von heute überhaupt. Ja, das finde ich auch. Nennt man einen Bauer, der seine Schafe schlägt, Mähdrescher? Okay, den finde ich gut. Der ist echt gut, den muss ich bemerken. Der ist richtig gut. Mähdrescher, das ist echt gut. Oh, jetzt kommen die Flachwitze wieder. Oh, es kann gerne so weitergehen, ich mag sowas. Du kennst doch nur den mit der Tomate. Und den Hubschrappschrapp. Und den Hubschrappschrapp. Und das mit dem LKW. LKWatsch, ja. Das sind die... Genau, das mit dem Hubschrauber, das war das mit den Karotten. Und das mit dem LKW war das mit den Tomaten, genau. Das sind die einzigen Witze, die du kennst. Ja! Mann, wow, da kam jetzt ein Wotan hier vorbei. LKW. Toll, jetzt liefer ich mir hier gerade so ein episches Bett mit einem LKW. Ja, ich bin jetzt dreimal hintereinander von so einem Ding getroffen worden. Nein! Boah, LKW. LKW hat Battle gewonnen. LK-Sare. Nein. LK-Sare. Und ich bin Zweiter. Oh. Was, wieso biegt der auf einmal ab? Der ist genau in meine Richtung abgebogen. Wie fies. Ey, da kannst du gar nicht ausweichen. Das hat sich sehr böse für dich angehört. Das war auch böse. Das ist passiert. Alter. Oh nein, die Punkte von Eku-Sare sind gestrichen worden. Jetzt guck dir das mal an. Da habt ihr wohl sehr, sehr viele Punkte verloren. Oh. Wie gemein. Wie gemein.